Musik Hi! Wow! Immer eine andere Begrüßung als Hallo! Wow! Das ging jetzt wow! Viele von euch wissen wahrscheinlich, dass ich Tumblr über alles liebe. Und ich habe auch schon einige Tumblr-Espirite-Videos auf meinem Kanal. Playlist findet ihr natürlich unten in der Infobox. Und als ich letztens auf Tumblr unterwegs war, ist mir so eine Idee gekommen. Ihr kennt wahrscheinlich auch die ganzen coolen Essensfotos, die man immer so auf Tumblr oder auch auf Instagram sieht. Und man sich immer nur so denkt, oh mein Gott, das will ich jetzt alles essen. Man könnte auch mal probieren, diese ganzen coolen Essenssachen zu rekreieren. Und ich habe mich jetzt einfach mal für vier Sachen entschieden. Eine Frühstücksidee, eine Snackidee, ein Dessert und eine Abend- bzw. Mittagsessenidee. Alles entweder gesund oder, ja, so geht's so. Also man kann sich auch mal was gönnen. Und ja, ich hoffe sehr, dass euch die Idee gefällt. Und ich würde sagen, wir gehen einfach direkt in die Küche. Musik Ich habe es mir hier wirklich sehr einfach gemacht und einfach direkt fertigen Teig genommen. Das würde ich euch natürlich nicht raten, denn selbstgemacht schmeckt natürlich immer am besten. Aber ich wollte jetzt nicht noch Melon zu kaufen. Auf jeden Fall habe ich dann schon angefangen, meine Pfannkuchen zu formen in der Pfanne. Und habe einfach so kleine gemacht, weil ich das irgendwie cooler finde. Und um diese Schokofannkuchen zu kreieren, habe ich einfach ein paar Teelöffel Kakaopulver in den Teig gegeben. Und dann habe ich einfach auch schon in meinem Kühlschrank geguckt, was ich so zum Dekorieren finde. Und bin da echt fündig geworden. Und habe zum Beispiel hier diesen Ziegenmilchjoghurt gefunden, der wirklich total lecker schmeckt. Also echt anders. Muss man sich, glaube ich, daran gewöhnen. Aber sehr, sehr gut. Und sagt mir bitte, dass ich nicht die Einzige bin, die es liebt, ein neues Nutella-Glas aufzumachen. Musik Um diesen typischen Pfannkuchenturm zu machen, habe ich einfach immer diese Schokofannkuchen genommen. Dann ein bisschen Speisequark draufgegeben. Und dann wieder einen Pfannkuchen. Und das immer so weiter. Weil so entsteht einfach die Höhe. Weil ansonsten müsste man tausend von Pfannkuchen machen. Und das ist einfach noch super lecker. Musik Viele von euch haben gefragt, wie ich das immer mache. Und deswegen dachte ich, zeige ich euch das mal. Ich verwende auf jeden Fall immer Baby-Spinat. Dann zum Beispiel hier zwei Äpfel oder auch eine Mango oder so. Und dann ein paar Himbeeren. Die Himbeeren sind natürlich viel zu farbintensiv, als dass ihr viele davon nehmen könntet, damit es noch grün wird. Also nur ein paar. Und die gebe ich einfach mit dem Apfel erstmal in den Mixer. Und dann kommt der Spinat hinzu. Normalerweise verwende ich auch so einen normalen Mixer. Aber ich hatte nur einen Stab-Mixer. Mixer, Mixer, Mixer. Und ja, das ging aber trotzdem ziemlich gut. Und ja, ich habe es extra so dickflüssiger gemacht, weil ich das eigentlich ganz lecker finde. Und das war eigentlich auch schon alles. Das Rezept ist, glaube ich, mein Favorit. Und zwar braucht ihr dazu eine halbe Orange. Dann ein paar Blaubeeren, dann ein paar Granatapfelkerne, außerdem Spinat oder Salat, dann Paprika, eine halbe Avocado, Feta und Tomaten. Außerdem noch Öl und Honig. Beginnen wir direkt mal mit dem Dressing. Dazu habe ich einfach diese halbe Orange ausgepresst. Normalerweise würde ich auch eine Orangenpresse nehmen, aber hatte ich leider auch nicht. Deswegen, ja der Saft war übrigens sehr lecker. Deswegen habe ich einfach so meine Hände genommen. Das ging eigentlich auch ziemlich gut. Und dazu habe ich dann einfach nach Augenmaß ein bisschen Öl und ein bisschen Honig gegeben. Und auf den ersten Blick vermengt sich das nicht so gut. Aber wenn man es gut schüttelt, dann geht das eigentlich ziemlich einfach. Und Leute, das macht mir echt Spaß, wenn man dazu ganz, ganz laut Musik hört. Der wohl einfachste Salat der Welt. Und zwar gebe ich als erstes den Spinat in die Schüssel. Dann kommen da meine Paprika und die Avocado hinzu. Dann habe ich die kleinen geschnittenen Tomaten dazu gegeben. Und dann kommen auch schon die Granatapfelkerne. Und dann natürlich auch noch die Blaubeeren. Die das Ganze echt so besonders machen. Und dann gebe ich oben drauf noch den zerbröckelten Fetakäse. Habe ich den eigentlich am Anfang erwähnt. Auf jeden Fall ist der wirklich sehr lecker dazu. Und dann kann man einfach das Ganze schon entweder im Kühlschrank aufbewahren oder einfach das Dressing direkt sofort drauf geben und das Ganze genießen. Super lecker und super einfach. Denn dazu braucht man einfach nur Speisequark, dann gefrorene Himbeeren, Oreo-Kekse, dann so ein Schokopudding, Zimt und Karamellsoße. Und als erstes habe ich meinen Speisequark mit diesem dunklen Schokopudding vermengt, damit so eine hellbraune Konsistenz entsteht. Und dann habe ich auch noch meine Oreo-Kekse zerbröselt. Dazu habe ich erst meine Hände verwendet. Aber ich wollte, dass die jetzt so richtig kleine werden. Und ich habe übrigens erst mal die Hälfte gegessen. Sehr gut. Aber deswegen habe ich die einfach in so ein Glas gegeben und mit einem Löffel zerstampft. Dann kommen wir auch schon zum Anrichten. Dazu habe ich als erstes ein bisschen was von meinem normalen Speisequark ins Glas gegeben. Dann etwas von dem gemischten Quark. Dann normalen Schoko-Quark, den ich noch übrig hatte. Und ganz oben ein bisschen Speisequark als Sahneersatz. Drumherum habe ich dann ein paar Himbeeren gegeben, die noch gefroren waren. Die sind natürlich noch besser, wenn sie aufgetaut sind. Dann habe ich ein paar Oreo-Brösel oben drüber gegeben. Und das Ganze noch mit ein bisschen Karamellsoße abgerundet. Und das war wirklich so unglaublich lecker. Und so super ungesund ist das jetzt echt nicht. Das ist, glaube ich, ein Oreo-Kekse oder so. Und dieser Löffel Karamellsoße, darüber kann man hinwegsehen, glaube ich. Solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Weil ich finde, es sieht einfach schon mega gut aus. Und ich glaube, das macht echt was her, wenn man das anderen Leuten als Dessert serviert. Ich habe so eine Idee noch gar nicht auf YouTube gesehen. Und hoffe wirklich sehr, dass es euch gefallen hat. Und mir hat es auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, so alles so zu dekorieren und zu fotografieren. Und ja, es war richtig cool. Vielleicht konnte ich euch ja jetzt inspirieren, euch auch mal in die Küche zu begeben und zu probieren, ein Tamla-inspiriertes Essen zu machen. Und wenn ihr das macht, dann schickt mir auf jeden Fall Fotos auf Twitter oder auf Instagram. Dann bin ich sehr gespannt auf eure Kreation. Und ansonsten sagt mir gerne mit einem Daumen, ob ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Dann mache ich auf jeden Fall noch einen zweiten Teil. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!